Folsäure ist super wichtig im Kinderwunsch. Das weißt du schon? Bleib trotzdem dran, weil ich habe 5 Key Facts für dich zum Thema Folsäure und einen davon wissen ganz viele nicht. Folsäure, auch Vitamin B9, ist ein wasserlösliches Vitamin, das dein Körper nicht selber bilden kann und das du deswegen unbedingt aufnehmen musst. Folsäure ist zum Beispiel enthalten in grünem Blattgemüse, Eiern und Hülsenfrüchten. Aber Vorsicht, Folsäure ist super empfindlich und zerfällt zum Beispiel beim Erhitzen sehr einfach. Weshalb die Deutsche Gesellschaft für Ernährung klar empfiehlt, dass Frauen im Kinderwunsch mindestens einen Monat lang 400 Mikrogramm Folsäure zu sich nehmen. Warum? Weil Folsäure unglaublich wichtig ist für verschiedenste Zellteilungsvorgänge, unter anderem für die Blutbildung und das Immunsystem und damit für eine gesunde Schwangerschaft. Und jetzt etwas, was ganz viele nicht wissen. Im Körper muss Folsäure erst in die aktive Form Methylfolat umgewandelt werden. Das übernimmt normalerweise das Enzym MTHFR. Leider hat ein großer Teil der Bevölkerung eine Mutation in diesem Gen und kann damit inaktive Folsäure selbst nicht gut aktivieren. Deswegen enthält Babyforte Kinderwunsch sogar 800 Mikrogramm Folsäure, 400 davon schon in der aktiven Form Methylfolat.